Hallo zusammen, ich bin Susanne und es ist Zahira, mein Grossbudel. Zusammen sind wir ein gutes Team. Die Buddeln sind sehr wälsch beim Fressen. Und so habe ich mal bei Calipet geschaut, was sie für Futter haben. Die Harmony, Dog, Natural, Black, Angus für Erwachsene, sind mir speziell angesprochen. Ich brauche ein Futter, das einen hohen Fleischanteil hat und mein Hund mit den nötigen Mineralstoffen und Vitaminen wird versorgen. Das Päckchen ist schnell gekommen und Zahira ist auch ganz wögerig schnuppern und hat gehofft, dass ihr das Futter wird schmücken. Sie hat es von Anfang an gerne gehabt. Sie hat es auch sehr gerne gefressen. Für einen Pudel nicht selbstverständlich. Das Futter wird sie beim Darm und der Verteugung stützen. So auch bei den Knochen und den Gelenken. Die Kotbildung war gut. Durch die Kaltpresse herstellt, bleiben die notwendigen Vitamine im Futter enthalten. Und das gibt mir das Vertrauen, das Futter. Das wird noch ein paar schöne Jahre mit der Zahira Wirt haben. Also wir können es nur weiter empfehlen.